Brad Pitt feiert Premiere. Und das nicht nur mit seinem Film Wolves. Bei den Filmfestspielen in Venedig läuft er mit einer besonderen Dame über den roten Teppich. Unternehmerin Ines de Ramon glänzt an seiner Seite. Es ist ihr erstes gemeinsames Red-Carpet-Debüt. Normalerweise hält das Paar seine Beziehung aus der Öffentlichkeit heraus. Doch für diesen besonderen Anlass machen sie eine Ausnahme und strahlen gemeinsam für die Fotografen. Eines trägt ein bodenlanges weißes Kleid mit asymmetrischem Schnitt und raffinierten Falten. Dazu kombiniert sie tropfenförmige Ohrringe, eine goldene Klatsch und passende Schuhe. Brad erscheint in einem komplett schwarzen Ensemble mit Smoking und Lackschuhen. Das Paar hält beim Auftritt süß Händchen. Auch wenn es in der Liebe gut läuft, gibt es Probleme mit Brads Ex-Frau Angelina Jolie. In den letzten Monaten haben sich einige ihrer gemeinsamen Kinder gegen ihn positioniert. Tochter Shiloh hat sogar den Nachnamen ihres Vaters abgelegt.